Was bedeutet es, ein Mensch zu sein und Schmerzen zu haben? Was bedeutet es, zu leben? Der Mensch neben Ihnen hat schon einen Tag hinter sich. Manchmal war dieser Tag gut, manchmal schlecht. Jeder Mensch, dem Sie begegnen, hatte eine Kindheit. Jeder hat einen Körper und jedem Körper tut etwas weh. Jeder Mensch hat etwas Besonderes. Achten Sie auf das Besondere. Es gibt immer, irgendwo, irgendwen, für irgendjemanden. Ich finde dich außergewöhnlich. Wieso? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur mit Sicherheit, dass es so ist. Unsere Zeit ist begrenzt. Wir vergessen es immer. Entschuldigung, ich habe Ihre Hand gehalten. Ist okay. Es ist ein Reflex. Ich fliege nicht gern. Ich sage dir doch, schon okay. Allerdings können Sie jetzt loslassen. енно an Jesus Christ. Ich kann sie Goku. Ich bin Her Saal.